Was das Internet in zehn Jahren noch verändern wird. Studenten werden Vorlesungen über das Internet verfolgen und nicht mehr im Hörsaal. Die meisten Paare werden sich über das Internet kennenlernen. Durch soziale Netzwerke wird man weniger einsam sein. Immer mehr Menschen werden sich von sozialen Netzwerken abmelden wegen Mobbing. Die allgemeine Bildung der Menschen wird zunehmen. Man verfügt über allerlei Online-Ressourcen. Viele werden auf bestimmte Online-Aktivitäten komplett verzichten. Aus Sorge um die Sicherheit ihrer Daten.